Äh, das ist ein 17-jähriges Kind, Mädchen, na gut, ist fast 18, aber trotzdem. Iiiiiiiiiiiaa! Und damit ein herzliches Willkommen zurück beim Let's Play von Burschuk Infinite! Wow! Meine Fresse, ey! Geil! Einfach nur geil, das Game Und überhaupt diese Luftakrobatik hier Die sich hier auf dem Spiel abläuft Wahnsinn Genau mein Ding Ich liebe ja die Lüfte Auf zum nächsten Bereich Es erschien mir nicht der richtige Ort Um ein Mädchen festzuhalten Wovon hatten diese Leute Angst? Wer ist das? Monument Island Ich möchte bloß wissen, wieso man sie hier entsperrt Wieso man sie überhaupt entsperrt Ah Ah So ein Zufall Aber auch So ein Zufall Der Spross des Propheten Wird den Thron besteigen Und die weltlichen Gebirge in Flammen höhen Mal wieder Und wie immer Türen, die sich von selbst öffnen Find ich echt gruselig Hallo 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 Ich schätze Selbst in einer gesicherten Abteilung Brauchen die weißen Jungs einen Der die Böden schrubbt Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler Achten nicht darauf Was sie in meiner Gegenwart sagen Weil ich ja nur ein dummer Fahrweiger bin Aber ich merke Dass sie eine Höllenangst haben Vor dem Ding Das sie da oben eingesperrt haben Ja Sie haben ein Tiger am Schwanz gepackt Und jetzt wissen sie nicht Ob sie ihn festhalten sollen Oder weglaufen Hm Okay Das ist echt Wow Ja, mir kommt so ein leichtes Kribbeln Was ist das? Alter 1 Alter 5 Alter 11 Alter 17 Äh What's Population Crambot Ah Verstehe Was die getan haben Oder wie viele es getan haben Und welche Ist das hier ein Gefängnis? Ein allgemeines? Ich dachte hier wird nur die kleine aufbehalten Hm Und warum ist hier alles so kaputt? Rätsel über Rätsel Nicht mit dem Test Subjekt sprechen Ähm Alter 13 Alter 11 Und Alter 4 Und alter 4 Wurzeln über gut sind Hä? Okay Was wird da raus? Ein blaues Buch Ähm Ja Natürlich Dazu sag ich mal nix Hm Hm Ja Ja Warum nicht? Hm Wo müssen wir hier landen? Wow Da ist auch so ein Stuhl Was machen die mit ihr? Äh Mr. Thompson Sir Ich habe wie verlangt die gesamten Batteriesicherung ausgetauscht Und die Lichter funktionierten alle letzte Nacht Äh Letzte Nacht? Jetzt geht's wieder los Wir verbraten in letzter Zeit kartonweiße Sicherung Nur für den Zip von allein Ich kann nicht Oh Gott Oh Gott Oh oh Der passierte Was, was AHHH AHHHH Hm. Komisch. Die halten hier ein Mädchen fest. Das habe ich verstanden. Und ob dieses Mädchen... Ist das dieses Mädchen? Hm. Was macht sie denn da? Hä? Malen. Sie malt den Eiffelturm, obwohl sie wahrscheinlich noch niemandem Star war. Hm. Singen. Sie kann perfekt dann singen, sofern sie einmal etwas davon gehört hat. Das heißt, die Fähigkeiten des Lernens sind übertrieben stark bei diesem Mädchen. Wie, das war schon. Und das hier ist eine Fotoabstellkammer. Hier werden Fotos von ihr gemacht. Die beobachten sie. Äh. Das ist ein 17-jähriges Kind. Mädchen. Na gut. Bis fast 18. Aber trotzdem. Und warum finde ich hier keinen, der lebt? Die Fähigkeiten des Lernens sind übertrieben. Sich seine Zukunft vorzustellen, ist eine Sache. Sie zu sehen, ist eine andere. Denn ich habe die Saat des Feuers gesehen, die das Sodom unter uns auf das Kommen des Herrn vorbereiten wird. Aber Elisabeth wird diese Saat aussehen, nicht ich. Ich werde fallen, bevor die Aufgabe erfüllt ist. Doch sie wird meine Rolle übernehmen. Der Herr ruft mich zu sich. Ich spüre seine Liebe in jedem meiner Tumoren. Denn sie sind das Schiff, das mich in seinen Hafen bringen wird. Und ich trete freudig ab, da ich weiß, dass Elisabeth meinen Platz auf Erden einnimmt. Doch der falsche Hirte kommt und führt meine Herde auf Abwege. Ich besteige das Schiff erst, wenn sie sicher ist vor seinen Täuschungen. Gut. Und was uns dort erwartet, werden wir in der nächsten Folge sehen. Also sage ich damit. Hau und sie. Bis zur nächsten Folge. Was ist das für ein komischer Sound? Komm nicht rein. Ich könnte hier um diese Superarbeitung. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm.